Hallo zusammen und willkommen zurück zu Docker. So, heute ein kleiner Nachtrag, denn ich habe in einer Rezension gesehen, dass das ein bisschen bemängelt wurde und zwar, dass ich nicht auf das Dateiformat von Docker Compose eingegangen bin. Es geht genauer gesagt um das hier und zwar diese Version hier oben, dieses 3.6. Das bezieht sich nicht auf Docker Compose als Version. Ich zeige euch das gerade mal eben. Ihr könnt die Docker Compose Version euch angucken, indem ihr Docker-Compose-Version im Terminal eingebt. Da seht ihr hier ist Version 1, 24.1. Das ist offensichtlich nicht dieses Ding da. Aber es gibt einen anderen Zusammenhang und zwar zwischen Docker, der Version von Docker, um genau zu sein. Docker Version kann ich mal hier eingeben und zwar dann bekomme ich die 18.09 raus, Punkt irgendwas anderes hinten dran. Und jetzt gibt es eine Tabelle, ab wann welche Docker Compose Dateiversion, also diese Version hier, wie das zusammenhängt mit Docker, mit der Version von Docker. Und zwar ist diese Tabelle hier zu finden unter docs.docker.com. Das ist ein furchtbarer Zungenbrecher übrigens. Und hier haben wir diese Kompatibilitäts-Matrix. Das bedeutet, wenn ihr Docker-Version 1.13 habt, könnt ihr, oder 1.13.1 und aufwärts, ab da könnt ihr alles benutzen, was 3.1 als Compose-File-Format hat oder tiefer. Das heißt, ihr könnt auch sagen, okay, ich benutze das Compose-File-Format, also hier oben dann das Format 1.0 und ihr habt die Version 1.13.1 oder sowas. Oder eben 17.06. Also die sind, wenn ihr hier die alte Version nehmt, die sind auf neue Docker-Versionen kompatibel. Aber wenn ihr hier zum Beispiel Version 3.7 verwendet und ihr habt zum Beispiel noch Docker-Engine 18.02, das funktioniert nicht. Ihr braucht, wenn ihr Version 3.7 verwendet, auf jeden Fall 18.06 oder neuer. Und wir haben jetzt hier in unseren Tutorials die ganze Zeit Version 3.6 genommen. In 3.7 sind ein paar neue Features hinzugekommen. In 3.6 sind im Gegensatz zu 3.5 neue Features hinzugekommen und so weiter und so fort. Aber das generelle Docker-Format oder das Compose-Datei-Format, also wie das hier aussieht, das ist eigentlich gleich geblieben ab Version 3. Das heißt, diese großen Versionen, Version 1 auf 2, Version 2 auf 3, da ändert sich wirklich was von der Struktur. Das heißt, ihr seid mit meinen Tutorials nicht in der Lage, Docker-Compose-Files-Version 2 zum Beispiel richtig zu schreiben, was ihr aber eigentlich auch nicht mehr verwenden solltet. Ihr solltet mindestens Version 3.6 eher neuer verwenden. Von den Features her und von dem, was ich euch beigebracht habe. Bei euch sollte auch im Normalfall immer, zumindest solltet ihr es versuchen, möglichst eine neue Version von Docker laufen zu lassen. Denn, ja, es sind auch Sicherheits-Updates dabei. Und diese Sicherheits-Updates sind natürlich extrem relevant, wenn ihr das auf eurem Server habt. Das heißt, ihr solltet sowieso immer schauen, dass ihr die Docker-Engine auf dem möglichst neuesten Stand habt. Also in meinem Fall jetzt aktuell gerade 18.09.7. Aber das kommt natürlich auch immer darauf an, was euer Server euch verfügbar macht. Das heißt, was ihr jetzt macht, um diese Version rauszubekommen, die ihr verwenden könnt, ist, ihr gebt einen Docker-Minus-Version auf eurem Server, also da, wo es wirklich laufen soll am Ende. Und dann seht ihr hier, aha, das ist 18.09.7. Also geht ihr in diese Tabelle rein. 18.09.7 ist offensichtlich neuer als das hier. Das heißt, ich kann bei mir Version 3.7 verwenden und alles, was davor ist im Endeffekt auch. Also kann ich auch 3.6 verwenden. Das funktioniert wunderbar. Genau. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was ich zu dieser Version euch sagen möchte. Im Endeffekt, wir haben hier immer die Version 3.6 genommen. Und ich denke, das ist auch für die aktuellen Verhältnisse eine recht gute Version. Solltet ihr allerdings zum Beispiel einen, naja, keinen Rolling Release haben, dann kann es durchaus sein, je nachdem, welche Version ihr von diesem System dann habt, dass ihr vielleicht auf Version 3.5 runterschrauben müsst oder eben sogar vielleicht auf 3.4. Aber ihr solltet auf jeden Fall bei Version 3 bleiben. Das würde ich euch stark empfehlen. Okay, alles klar. Jetzt wisst ihr Bescheid. Und ich danke euch nochmal, dass ihr mir das gesagt habt als Feedback. Wenn ihr mehr Feedback habt, immer gerne. Also dann schreibt mir einfach irgendwie eine Nachricht oder eine Frage oder wie auch immer. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.